Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude Freunde. Mein Name ist Christoph und ich begleite dich als Coach durch dieses Arbeitsblatt, die Parameterdarstellung von Geraden im Raum. Bitte lade dir dieses Arbeitsblatt nun unter der unten angegebenen Website der Universität Wien herunter und halte es stets griffbereit. Dann können wir sehr gut miteinander arbeiten. Vergiss nicht, du kannst dieses Video jederzeit anhalten und auch pausieren oder auch nochmals anschauen, damit du dir bei jedem Thema immer ganz sicher sein kannst. Wie dir der Titel dieser Videoreihe schon verrät, besprechen wir gemeinsam die Parameterdarstellung von Geraden im Raum. Du kennst wahrscheinlich bereits Geraden in der Ebene, wo du Geraden in ein Koordinatensystem eingezeichnet hast. Da sind wir beispielsweise von der Gleichung y ist gleich k mal x plus d ausgegangen und sind dann auf eine lineare Funktion gestoßen, die den Funktionsausdruck f von x ist gleich k mal x plus d hat. Diese Gerade können wir ins Koordinatensystem einzeichnen. Es ist ein dünner Strich, dünne Linie, die auf beiden Seiten kein Ende hat. Das heißt, wir können die Gerade beliebig lange fortsetzen. Doch, wenn man jetzt beispielsweise Geraden anders angeben möchte, dann ist es auch möglich, Geraden mit Hilfe von Punkten und einer Steigung anzugeben. Das wäre beispielsweise dieses k. Und dieses d ergibt sich dann aus dem anderen Punkt. Und wir haben bereits auch eine dritte Variante kennengelernt, wie wir Geraden in der Ebene auch angeben können, und zwar durch einen Punkt und einen Vektor. Einen Punkt als Ausgangspunkt und einen Vektor, der dir die Richtung der Geraden angibt. Die kann dann wieder auf beiden Seiten beliebig verlängert werden. Doch, es gibt auch Geraden im Raum, im R3. Geraden sind nicht nur auf die Ebene beschränkt, sondern wir können diese dünne Linie, die auf beiden Seiten kein Ende hat, auch in ein Koordinatensystem einzeichnen, das drei Koordinaten hat. x, y, z, also in den Raum. Hierbei dürfen wir beispielsweise nicht mehr auf diese Gleichung zurückgreifen, dass y gleich k mal x plus d ist, sondern wir brauchen jetzt eine andere Überlegung, wie wir jetzt eine Gerade im Raum darstellen. Und das schauen wir uns in dieser Videoreihe gemeinsam an, dass wir eben Geraden von Objekten im Raum R3 untersuchen. Eine Gerade im R2 hat eben diese Parameterdarstellung, die durch einen Punkt und einen Vektor dargestellt werden kann, durch g Doppelpunkt x ist gleich a plus t mal v. a als beliebiger Punkt und v als Vektor. Und je nachdem, welchen Wert ich für mein t einsetze in den sogenannten Parameter, demnach erhalte ich einen beliebigen Punkt x auf der Gerade g. Im R3 funktioniert es fast gleich, diese Parameterdarstellung. Hierbei müssen wir nur auf ein kleines Detail achten, und zwar, dass wir hier nicht mehr zweidimensionale Objekte haben, wie in der Ebene, sondern dreidimensionale Objekte haben, dass der Punkt a aus drei Koordinaten besteht und auch der Vektor v, der als Richtungsvektor dieser Geraden dient, hat ebenso hier drei Koordinaten. Und es gibt jetzt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, diese Parameterdarstellung auch für Geraden im R3 darzustellen. Und zwar gibt es jetzt die beiden Möglichkeiten, dass wir zwei Punkte gegeben haben, mit Hilfe dieser beiden Punkte diese Parameterdarstellung, diese Gerade aufstellen, und die zweite Möglichkeit wäre, dass ein Punkt und ein Vektor gegeben ist. Wenn wir uns für die zweite Variante entscheiden, oder wenn wir einen Punkt und einen Vektor gegeben haben, dann können wir unmittelbar in dieser Definition der Parameterdarstellung einsetzen und wir halten die Parameterdarstellung auch einer Geraden im Raum. Wenn man zwei Punkte jetzt gegeben hat, dann kann man den einen Punkt jetzt als Ausgangspunkt a verwenden und den anderen Punkt verwendet man eben für den Richtungsvektor. Ein Vektor zwischen zwei Punkten kann immer sehr leicht aufgestellt werden als Endpunkt minus Anfangspunkt. Und schon erhält man auch die Richtung dieser Geraden im Raum. Das heißt, man hat jetzt im Grunde genommen nur mehr zwei Möglichkeiten. Die dritte Möglichkeit mit einem Punkt unter Steigung, die würden wir hier nicht behandeln. Es gibt im Grunde genommen eben diese zwei Möglichkeiten. Zwei Punkte sind gegeben, oder ein Punkt und ein Vektor ist gegeben. Und mit Hilfe dieser beiden Varianten kann man die Parameterdarstellung der Geraden im R3 sehr leicht aufstellen. Die Parameterdarstellung drückt uns jetzt im Grunde genommen aus die Menge aller Punkte, die auf dieser Geraden liegt. Und die Menge aller Punkte, die auf dieser Geraden liegt, kann eben dargestellt werden durch eben diese Gleichung x als Punkt auf der Geraden ist gleich a plus t mal v. Als Ursprungspunkt, als Ausgangspunkt, plus irgendeinen Parameterwert mal v. Das heißt, wie oft trage ich jetzt diesen Vektor v entlang von a auf, damit ich zu diesem Punkt x komme. Und dann liegt x auf dieser Geraden und x ist ein Element dieser Geraden. Doch, wir können im Grunde genommen nicht nur eine Gerade untersuchen, sondern es ist auch möglich, dass wir mehrere Geraden im Raum gegeben haben. Das heißt, wir wollen auch untersuchen, wie diese Geraden zueinander liegen. Das heißt, die Lagebeziehung zwischen diesen beiden Geraden wollen wir im Raum jetzt untersuchen. Das haben wir bereits bei zwei Geraden in der Ebene gemacht. Doch, hier im Raum haben wir einen zusätzlichen Fall, den wir untersuchen müssen. Also, wie können Geraden zueinander jetzt liegen im Raum? Das wäre auf der einen Seite möglich, dass sich diese beiden Geraden schneiden. So wie wir es aus der Ebene schon kennen, dass es einen eindeutigen Punkt gibt, der auf beiden Geraden liegt und wo sich diese beiden Geraden g und h im Raum schneiden. Das ist der Punkt S. Der wäre eindeutig, dieser Punkt. Das ist eigentlich dieser Fall, den man immer gerne haben möchte, weil damit im Grunde genommen diese Lösung eindeutig ist. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die beiden Geraden parallel zueinander sind, dass sie parallel zueinander verlaufen im Raum und keinen Schnittpunkt zueinander haben. Das kann man vergleichen wie zwei Autobahnen, die parallel zueinander verlaufen und eigentlich nie irgendwie sich überlappen, sondern einfach gerade auslaufen und immer parallel zueinander sind. Sie schneiden sich einfach nicht. Man erhält demnach keine Lösung als Schnittpunkt. Die dritte Möglichkeit, die kennen wir auch bereits aus der Ebene, und zwar, dass zwei Geraden identisch sind. Das heißt, dass die Gleichung von einer Geraden auch die andere Gerade beschreibt. Das heißt, sie sind komplett gleich. Sie unterscheiden sich nirgends. Und sie haben damit unendlich viele gemeinsame Punkte. Denn G ist gleich H, also liegen alle Punkte von G auch auf der Geraden von H. Sie sind identisch. Diese drei Fälle würden auch als auftretende Ebene. Doch, wenn wir jetzt die Parameterdarstellung von Geraden im R3 haben, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass diese beiden Geraden auch einen weiteren Fall haben. Und zwar, dass sie Windschiff zueinander sind. Es kann ja sein, dass diese Geraden übereinander, untereinander, nebeneinander verlaufen, ohne dass sie sich schneiden. Das würde beispielsweise auch der Fall sein, wenn ich hier zwei Geraden habe. Die eine oberhalb und die andere unterhalb und sie schneiden sich nirgends. Aber sie sind auch nicht parallel zueinander. Sie haben keinen gemeinsamen Punkt zueinander. Und dieser Fall, Windschiff, tritt nur im R3 auf. Und diese Fälle, die sind ganz, ganz wichtig, wenn man Geraden, zwei Geraden jetzt untersucht. Denn damit kann man feststellen, wie diese Geraden eben zueinander liegen. Also wie eigentlich mathematische Objekte im Raum zueinander liegen. Und der Raum ist jetzt eigentlich diejenige Größe, diejenige Dimension, die eigentlich noch vorstellbar ist, als letztes vorstellbar ist. Denn wenn wir beispielsweise das R4 anschauen, dann können wir uns das nicht mehr vorstellen. Der Raum ist auch jener Bereich, in dem wir leben, in dem alle unsere Objekte vorhanden sind. Und wenn wir das jetzt verstehen, wie beispielsweise auch Geraden zueinander liegen können, dann können wir auch ein bisschen verstehen, wie Objekte in unserer realen Welt zueinander liegen können. Und ich habe dir jetzt zum Abschluss auch ein Beispiel einer Geraden im Raum mitgebracht. Die Gerade G, die ist als blaue Linie hier markiert. Die hat einen Ausgangspunkt A und einen Vektor V, der eben in diese Richtung aufgetragen ist. V, dieser Vektor ist 2 minus 1,1 und der wird vom Punkt A 0,0,2 aufgetragen und jeder einzelne Punkt X kann berechnet werden, indem man für irgendeinen, für den Wert beispielsweise T etwas einsetzt. In diesem Fall würden wir X bekommen, wenn wir für T 2 einsetzen. Wenn wir beispielsweise für T 2,8 einsetzen, dann erhalten wir einen anderen Punkt, der auf dieser Geraden liegt. Also alle Punkte auf dieser Geraden können wir erhalten, indem wir einen speziellen Wert für unser T, für unseren Parameter einsetzen. Und das ist auch dieser Sinn der Parameter Darstellung, dass ich abgesehen von diesem Parameter T alle Punkte auf dieser Geraden G beschreiben kann. Und diese Gerade G, wie du hier siehst, kann man sehr schön in das dreidimensionale Koordinatensystem einzeichnen. Ich freue mich auf das gemeinsame Arbeiten mit dir und wünsche dir viel Spaß bei der Auseinandersetzung mit der Parameter Darstellung von Geraden im Raum.